Hallo liebe Heisenfans, hier ist Jack von Jack Photography und ich bin heute zu Gast beim Shooting von Marina und Flo. Die shooten heute die Christina in einem wunderschönen Tannenbaumkleid. Wir sind hier gerade im Wald und es ist sehr sehr stürmisch hier. Die Christina ist ganz tapfer und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was. Hier seht ihr unser tapferes Model. Ich kriege gerade wieder die Jacke angezogen, weil es ist wirklich wirklich eisig kalter Wind hier oben. Es zieht sich die Zweige ab. Ja, könnte man so sagen. Versucht mal einen kleinen Einblick hier für euch zu erhaschen. Wartet einen Moment. Vielleicht kriegen wir was drauf. Oh, da klappt es nicht so gut. Ja, ist nicht schlimm, ist ein Geheimnis. Ja, aber es wird ein wenig, nur ein bisschen. Guckt euch dieses schöne Tannenbaumkostüm an. Das hat die Christina selbst genäht. So, meine Lieben. Jetzt wird hier etwas umgestylt. Kurzer Check. Christina macht sich noch mal eine neue Frisur. Genau. Jetzt kommen noch ein paar Kugelchen. Kugelchen? Kügelchen. Gott. Weihnachtskügelchen ins Haar. Hallo. Hi. Hier sieht man mich mal total rasiert. Kein Bart mehr. Sieht scheiße aus, oder? Bis auf 19. Ich bin 15. Erstmal eine Runde Schmöker? Nein, du schmökerst gar nicht. Nein, ich bin... Bist... Schmökerlos. Schmökerlos. Ich habe aufgehört. Ja, nein. Seit fünf Minuten, oder was? So, hier haben wir unser Tannenbaumlager aufgeschlagen. Tannenbaumlager aufgeschlagen. Übrigens auch sehr cool. Ich zeige euch das mal gerade. Jack war natürlich so schlau und zieht ihre weißen Nike Air Force in den Wald an. Sagen wir mal nix zu. Wenn hier noch keine Matsche ist. Der Weg war schlimmer. Ja, der Weg war schlimmer, das stimmt. Egal, die kann man putzen, die kann man putzen. Die Hände vielleicht mehr schräg zu mir? Die Hand? Ja, genau. Sehr gut. Sehr schön, das ist super. Sehr schön. Jetzt zeige ich euch hier nochmal die Christina, wie hübsch sie aussieht. Schöne Kügelchen im Haar. Tolles Make-up. Schöne Kügelchen im Haar. Dann haben wir ihn. Also heute hinten. Hier nochmal so. Größer zu machen. Genau. Die eine Hand an den Körper mehr. Den Arm mehr an den Körper. Jetzt geht. Genau. Sehr gut. Nicht zu sehr die Hand so machen, sondern leichter runterfallen lassen. Ja. Sehr gut. Die andere Hand. Ruhig durchstrecken mehr. Der Arm fällt durch ganz hoch. Genau. Und die Hand wieder ein bisschen. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Wie sagt Heidi immer so schön? Cinerant! Ja! 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 Und cut! Ja!